So, schnell klatschen. Bim, 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 bim. Hello, willkommen zu der nächsten Solo-Folge. Ein bisschen später diese Woche. Es ist auch wahnsinnig viel los. Das hört ja gar nicht auf, was wir da alles momentan zu tun haben. Im positiven Sinn aber natürlich. Nur kurz, um ein bisschen zu updaten. Letzte Woche ist meine Solo-Tour wieder losgegangen. Ich durfte in Bern im wunderschönen Theater am Käfigturm spielen. Es hat sehr Spass gemacht. Es gibt auch auf YouTube davon eine kleine Vlog. Damit ihr auch seht, wie das denn so ist, wenn ich auf Tour bin. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr wollt. Und noch besser, kommt mal live vorbei. Also heute nehme ich das auf am Mittwoch. Ich spiele jetzt drei Tage hintereinander in Basel. Und dann spiele ich in Wienistorf, in Aarau, in Seewe. In Luzern. Und in Neuhusen am Rieffal. Das alles noch dieses Jahr. Sonst noch ein paar Shows. Stand-Up-Show im Bernhard-Theater. Swiss Comedy Night in Ammen. Wir haben noch Comedy in Balz zweimal. Unter anderem nächste Woche. Und so weiter und so fort. Ich will euch nicht langweilen. Aber das als kleines Update. Ausserdem hatte ich noch am Samstagwochenrundshow. Mit dem Tabu. Immer eine Spassgeile Sicht. Das war auch gleichzeitig meine letzte Wochenrundshow. gesehen. Und in Anbetracht davon, wie viel sonst momentan läuft. Bin ich jetzt eigentlich recht froh, dass ich ein To-Do weniger habe. So ein Grundsätzliches. Aber ich möchte trotzdem noch schnell zwei, drei Sachen darüber sagen. Nämlich, dass ich die Sendung immer sehr, sehr gerne gemacht habe. Ich habe so ein paar schöne Beziehungen, kann man schon fast sagen, aufgebaut zu Hörerinnen und Hörern, die immer wieder mal angerufen haben. Und falls die eine oder der andere jetzt da zuhört, es hat auch mit euch immer sehr Spass gemacht. Viel herzigen Dank. Tolle Zeit gesehen. Leider passt die Sendung irgendwie nicht ganz in meinen sonstigen Tagesplan. Oder sagen wir eher Obenplan. Und darum habe ich nach zweieinhalb Jahren die jetzt an den Nagel gehängt. Sagt man so schön. Ja. Also ich bin jetzt wieder voll und ganz selbstständig. Beste Zeit nach einer Pandemie. Aber so ist es. Und ich freue mich auf alles, was jetzt noch kommt. Wir kommen jetzt aber natürlich zu euren Mails. Da sind wieder ein paar reingekommen. Einerseits verlose ich zum Schluss noch was wir jetzt da hatten. Und zwar muss ich jetzt gerade schnell überlegen. Was habe ich das letzte Mal gesagt? Diesmal gibt es noch Tickets für die Verlosung. Ja. Und für die neue Verlosung. Das heisst alle Menschen, die jetzt da in den Mails sind, die kriegen eine Crewneck und eine Kappe. Seht ihr auf meiner Webseite im Shop, wie die aussehen, falls euch das interessiert. Weil es ja jetzt langsam wieder kälter wird. Also so ein schöner Pulli und eine Kappe. Töte auf jeden Fall gut. Feel good. Steht da drauf. Ist ja die Idee. So. Somit. Die Verlosung nachher. Jetzt aber zuerst mal eure Mails. Und das geht ja schon schön lang los. PS. Ich lese als allererstes PS nur vorlesen, wenn du es vorher angeschaut hast und sonst einfach nachlesen. Okay. Ich lese es jetzt einfach. Okay. Ach so, das PS. Haha, jetzt bin ich verwirrt gewesen. Das PS. Und das geht ja schon. Recht lang. Salut, Joel. Was ich schon lange mal habe loswerden. Super Podcast. Danke vielmals. Ist immer wieder eine Freude, dir und deinen Gästen zuzuhören. Seit dem ersten Lockdown bin ich treu Feelgood-Hörerin. Das ist ein guter Begriff. Das ist so wie so wie Beliebers oder so. Kann man irgendwie Feelgood-Hörer. Feelgood-Hörerin. Nein. Vor allem in dieser Zeit hat mir die Podcasts sehr geholfen, aus dem Alltag in der Pflege. Oh. Unter anderem auch auf einer Covid-Station abzuschalten. Wow. Ich habe dann nach dem Schaffen viel Zeit mit dem Podcast und Puzzles verbracht. Puzzles. 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 Da alles andere ausgleichen praktisch nicht mehr möglich gesehen ist. Krass. Man taucht ein bisschen in eine andere Welt ein. Mit dir und deinen Gästen zuhörst. Immer sehr erfrischend, witzig und inspirierend. Und ich habe es auch sehr geschätzt, dass du Covid im Podcast lang ganz bewusst nicht thematisiert hast. So hätte man das Ganze einfach mal ausblenden für einen Moment. Darum ein grosses Merci an dieser Stelle. Grosses Merci an dich an dieser Stelle. Es war eine sehr, sehr wichtige und essentielle Aufgabe, die du in den letzten Monaten ausgeführt hast. Und logisch weiss auch schon lange davor. Ich rede in meinem jetzigen Programm unter anderem davon, wie ich mal zwei Wochen im Spital gewesen bin, wegen einem Fussbruch. Letztes Jahr ist mir mit Blinddarm abgelegen und so. Und die Pflege ist so essentiell. Und ich weiss, ich habe nicht so wahnsinnig riesige Geschichten gehabt. Und trotzdem bin ich unglaublich froh gewesen über alle die Menschen. Und wirklich sehr, sehr dankbar. Weitere Mail. Ich lese den Podcast übrigens, genau wie der Typ, der du erzählt hast in der Solo-Folge vom 4.10. Auch oft beim Spazieren mit meinem Kleinen. Und öppend hier bin ich auch mit der Tragi unterwegs. Traghilfe oder Tragtuch, also das Teil, wo man das Baby vor die Brust schnallt oder bindet. So heisst das. Tragi. Sensationell. Seins herzhafte und ehrliche Lachen ist Ah, meins. Oder? Ja, Verschreiber. By the way, das ultimative vielgutes Ding, um deine Frage, was deine Hörer so gut fühlen lässt, auch noch zu beantworten. Viele liebe Grüße und ich freue mich auf die weiteren Folgen danach. Vielen herzlichen Dank. Das ist sehr schön. Mein Lachen, eben zum Beispiel bei der Wochenrundshow, die ich vorhin erwähnt habe, hat auch für das eine oder andere Mail gesorgt, die nicht so freudig darüber gesehen ist. Oh mein Gott, der Lachsack ist wieder da. Und so ein Zeugs. Ich muss umstellen. Aber das ist halt wie so oft, wenn man zu jemandem, ich sage jetzt mal, in die Welt eindringt. Dann passiert das eher, als wenn man bewusst sagt, ich wähle jetzt zum Beispiel eben der Podcast. Wir gehen zum nächsten Mail. Und zwar haben wir da, ah, jetzt wird es hochdeutsch, von alter bekannten Isabel, wo ich sehr schätze und immer wieder tolle Sachen schreibt. Lieber Joel, deine letzte Solo-Podcast-Folge vom 11.10. hat unter vielen anderen, wie man in den Kommentaren liest, auch mich sehr berührt und mich selbst nachdenklich gestimmt. Es ist ein Riesengeschenk, wenn man, wie du feststellt, dass man beruflich genau da ist, wo man sein will und es einem, in Klammer im Großen und Ganzen, Klammer zu, gefällt. Wie auch bei dir gibt es in meinen Beruf Dinge, die ich nicht so gerne mag, aber die Arbeiten, die mich funkeln lassen und Befriedigung bringen, überwiegen und das ist die Hauptsache daran. Mein Vorgesetzter hat mir mal gesagt, dass man merke, dass ich in gewissen Dingen aufblühe und genau das ist es, was man im Alltag benötigt und nicht an die Frage, um nicht an die Frage, wieso mache ich das zu denken. Absolut. Was ich auch immer mehr merke mit zunehmendem Alter, ich werde Ende Jahr 30, ja, ja, du, dort passieren viele Sachen, unglaublich, sobald man riesig wird, ist, dass die Eifersucht immer mehr abnimmt, weil man selbst eigene Ziele vor Augen hat und für diese kämpft und arbeitet. Da jeder Mensch andere Ziele verfolgt, kann man sich für die anderen mitfreuen und ist dann insgesamt glücklicher. Dieses Ich will, dass auch verschwindet und weicht einem, ich ziehe mein eigenes Ding durch. das kann ich zu 100% unterschreiben, weil ich habe so viele Kolleginnen und Kollegen schon nur über der Comedy, wo wir alle haben mal eine Phase, wo es besser läuft und dann hat eine, wo es wieder ein bisschen weniger läuft und so. Und wenn man nur würde auf die anderen schauen, würde man selber definitiv nie happy werden. Und es gibt so wirklich einen sehr, sehr simplen Satz, den ich mir aber auch als Mantra genommen habe, nämlich Don't chase the competition, chase the dream. So. Da haben wir schon mal eine kleine Weisheitsnugget dropped in dem Pod. Don't chase the competition, chase the dream. So. Und das sehe ich aber wirklich genau als das. Und wo ich gemerkt habe, dass ich das wirklich für mich habe verinnerlichen, ist es mir sofort besser gegangen, weil das Traurige ist, selbst wenn man jetzt gefühlt an der Spitze ist, würde man immer noch die Vergleiche anstellen und trotzdem nicht happy werden. Und eben die Spitze ist so individuell definierbar, dass man es gar nicht kann. Bei den einen ist es Ticketverkauf, bei den anderen ist es Qualität, bei den dritten ist es Follower, bei der vierte ist es wie viel Lacher in der Minute und so weiter und so fort. Ist jetzt schon nur mal auf Comedy bezogen. Drum absolut. Ich fand das irgendwie passend, um mit euch zu teilen, das gehört für mich auch ein wenig zu viel gut. Absolut. Nur noch etwas, was ich tue, um mich gut zu fühlen, was ich noch nicht von anderen Gleichgesinnten gehört habe. Den Himmel und die Natur geniessen. Es ist erstaunlich, was man mit der Zeit schätzen lernt. Ein roter Himmel mit untergehender Sonne, ein Vollmond mit klarem Sternenhimmel, an sowas kann ich mich nie satt sehen. Wir wissen zwar viel von dir, aber hast du, aber du hast in all deinen Podcasts diese Frage nie selbst konkret beantwortet. Deshalb bin ich so frei und gebe die Frage an dich zurück, was machst du, um dich gut zu fühlen? Liebe Grüße aus Gladbruck, Opfikon, Isabel. Hey, nur schnell, Himmel, finde ich, ich kenne so wie so ein Teenie. Himmel finde ich mega geil. Himmel, hey, Himmel, geil, richtig geil. Finde ich aber wirklich so. Es gibt so eine App, es gibt verschiedene natürlich, aber meine heisst, boah, wie heisst die, Sky Viewer oder so. Und dann kann man in der Nacht das Handy aufheben und danach kann man so sehen, was welcher Stern ist oder sogar welcher Planet. Oft ist es ein Planet und dann kann man auch die ganzen Sternengebilde anzeigen lassen und sieht, wo sie, wo dann eben zum Beispiel der Planet, welche Kreis, Kreisbahn, Laufbahn, ja, welcher Kreis auf diesem Planeten macht. Boah, es gibt so Momente, da fühle ich mich richtig dumm. Das ist jetzt so eigentlich, ich kann das nicht mal richtig erklären. Was mache ich, um mich gut zu fühlen? Das ist, ich glaube, in einer Folge ist es mal ein bisschen darum gegangen, was ich konkret mache. Einerseits das, was ich mache, also auftreten, ist für mich effektiv wie Ferien. Ich kann, was weiß ich, alles haben, an dem Moment, wo ich auf die Bühne gehe. Selbst wenn es eine beschissene Show ist, da bin ich weg. Also das, das ist sicher ein grosser Teil davon. Dann habe ich ausgewählt, habe ich sehr gerne Gesellschaft. Mit ausgewählt meine ich wirklich, wenn ich eben merke, heute ist nicht so der Tag, wo ich jetzt irgendwie gross unter die Leute will, dann lasse ich es auch lieber. Hingegen, wenn ich mich richtig darauf freue und Bock habe, dann habe ich super viel Spass und genieße es einfach. Also, Zeit mit den Liebsten, heisst das ja immer so schön im schweizerischen Umgangsspruch. was ich mache seit Jahren ist jede Dusche, egal wie fest es mir anscheisst, kalt duschen. Und zwar nicht durchgehend, sondern zuerst warm und am Schluss Hebel rum. Und jetzt zum Beispiel bin ich gerade in meinem Zimmer in Zürich und da das ist ein altes Gebäude, wobei ich jetzt in Basel auch, muss ich ehrlich sein. Die alten Gebäude, das ist richtig schön kalt. Wenn da der Hebel auf kalt geht, das ist dann effektiv so. Und das mache ich dann ein, zwei Minuten einfach noch kalt von oben bis unten und von unten bis unten. Und das ist so ein Kurzeffekt von ich fühle mich gut. Manchmal auch bewusst das Handy weglegen. Ich probiere am Morgen mir ein bisschen Zeit zu geben. Jetzt, während ich das erzähle, merke ich, dass ich es nicht mehr so konsequent mache. Ein bisschen Zeit zu geben ohne Handy bis ich effektiv ich sage dann immer die Aussenwelt hineinlasse. Das hilft mir. Schlafen. Ich bin leider einer, der sehr spät immer gut schlafen geht. Aber ich probiere trotzdem meine sechs bis sechs das Minimum, aber eher sieben Stunden anzukriegen. Wenn ich das schaffe, dann bin ich auch ausgeruht. Manchmal muss ich dann ein bisschen nachherholen und dann sind es halt acht. Ich probiere dort, also plus minus den gleichen Rhythmus zu haben. Und dann fühle ich mich auch gut. Das sind so ein bisschen die groben Sachen. Aber es ist spannend, dass zum Beispiel auch der Podcast so einen Effekt für mich hat. Nämlich mit diesen Gästen zu reden, denen ihr das Hirn ein bisschen zu picken, wie man so schön sagt. das ist glaube ich bei dem englischen Ausdruck pick their brain. Aber mich mit diesen Leuten austuschen und eben auch hören, was sie machen, das gibt mir irgendwie selber auch wieder etwas. Und ich probiere dann gewisse Sachen aus und sie mal implementieren. Ich habe mal nicht mehr gelesen, für die Kreativität sollte man keine Musik hören, wenn man irgendwie in einer Stadt ist. Man sollte die Stadt hören. Dann habe ich gemerkt, ah, nachdem ich es gemacht habe, das passt mir jetzt nicht null. Ich bin besser kreativ, zum Beispiel, wenn ich in meiner eigenen Welt bin. Und das mache ich dann mit Musik und dann kann ich auch sehr ausgewalt irgendwie Sachen beobachten oder eben irgendwie umdenken und so. Und darum auch Materialen arbeiten, merke ich auch, gehört für mich zum Auftreten dazu. Ist zwar nicht der Moment, wie wenn ich auf die Bühne gehe und Ferien habe, aber ich merke so effektive Phasen, wo ich dann irgendwie ich habe eine Idee. Dann schreibe ich mal schnell die Idee auf und dann irgendwann denke ich, ah, was könnte ich mit dieser Idee machen? Ah, vielleicht mal in die Richtung. Okay. Oder manchmal überlege ich gar nicht so viel und gehe auf die Bühne und fange mal an, mit dieser Idee herumspielen. Und wenn dann dort etwas irgendwie hängen bleibt und auf einmal etwas Lachen generiert, das gibt auch ein ultimatives Glücksgefühl, effektiv neue Sachen erarbeiten. So, fragt mich immer wieder, weil ich würde jedes Mal etwas anderes erzählen. Aber danke, schon mal Isabel. Wir kommen zur nächsten Mail. Hoi Joel. Um mich nicht nur gut, sondern sehr gut zu fühlen, gehe ich am liebsten in die Berge. Ich liebe das Bergwandern, die Ruhe, die Natur. Für mich gibt es nichts Besseres, um sich körperlich zu betätigen und somit etwas Gutes für den Körper zu tun und gleichzeitig vom Alltag abzuschalten und die Ruhe zu geniessen. Für mich Win-Win. Ich habe leider noch nie eine Show von dir gesehen und würde mich daher sehr freuen, dich live zu sehen. Lieber Gruß, Nadine. Dankeschön, Nadine. Dann komm mal vorbei. So einfach. Auf meiner Website sehen alle Tourtermin für Mixed Shows und natürlich meinen Solo-Stand-Off. Und würde mich sehr freuen. und bitte zeige dich auch nachher die Gibt dich zu erkennen. Nach der Show. Ich stand meistens noch irgendwo rum und schätze auch sehr gerne direkt mit den Leuten. Das ist übrigens auch etwas, was mich gut fühlen lässt. Und das meine ich sicher mit einem bisschen mehr Ego, das sich natürlich boostet, wenn man Kompliment kriegt. Aber ich sehe es viel weniger als Kompliment, für mich, sondern vielmehr, wenn ich merke, dass mit dem, was ich gemacht habe, ich jemand anderem Freude gemacht habe, das gibt mir ein unglaublich gutes Gefühl, respektive Glücksgefühl. Das heisst, so ein Auftritt ist im Normalfall für mich eine absolute Symbiose. Nämlich, die Energie, die entsteht, die finde ich ja nicht nur geil, weil dann die Lacher irgendwie besser sind, oder so, so pragmatisch gesehen, sondern effektiv, weil ich merke, wow, wir zusammen haben jetzt eine gute Zeit und das ist sehr entscheidend. Nadine, ich flosse für dieses Mal keine Tickets, sondern in dem Fall Merch, also du bekommst in diesem Pod, aber komm mal vorbei und würde mich sehr freuen, auf jeden Fall. Dann haben wir eine weitere Message. Hallo Joel, vielen herzlichen Dank für den tollen Abend letzten Donnerstag. Yeah, du bist in dem Fall im Käfigturm gesehen. Ich habe deine verfügbaren Soloprogramme auf YouTube gesehen und nun den ersten Live-Auftritt geniessen dürfen. Das ist, das ist geil gesehen. Am Anfang habe ich gefragt, Theater im Käfigturm, okay verkauft, ja, also pandemiebedingt, okay, sonst war es wahrscheinlich ein bisschen zu wenig, hätte ich gesagt, aber trotzdem gut und mega happy. 80 Leute und noch ein paar irgendwie und ich frage so, wer hat schon mal eine Show von mir gesehen und einfach niemand hat aufgestreckt und das hat mich ganz ehrlich sogar gefreut, weil ich finde das irgendwie geil, weil das zeigt, dass Menschen Bock kriegen, mich zu schauen und darum, also auch schon mal dir, danke vielmals. Ich bin immer wieder fasziniert, wie du Erlebtes so lustig ausarbeiten und rüberbringen kannst, dass mit dem Unterschreiben von Grußkarten zum Beispiel kenne ich von mir selber nur zu gut. Es hat richtig gut getan, einfach abzuschalten und zu lachen. Nach der Show haben meine Freundin und ich noch ein Foto mit dir gemacht. Sorry, Milase ist heute sehr, sehr schulisch im Anfangsstadium. Besser gesagt, Cenk hat es gemacht. Ja, stimmt. Cenk hat zu Bord gespielt und er ist so nett, wenn er nach der Show nahmen ist, dann nimmt er gern mal die Kamera in die Hand und macht den Sfotti. Danach fühlten wir uns ein wenig schlecht, weil er den Kameramann spielen musste. Er hat es ja angeboten, schreibt in Klammer. Gsehs? An dieser Stelle möchte ich deshalb erwähnen, dass wir ihn auch super toll gefunden haben. Zu Hause haben wir auch noch die entsprechende Staffel von Best Friends in die entsprechende Staffel von Best Friends reingeschaut und haben uns noch einmal amüsiert. Sehr schön. Das freut mich. Ja, also, mir ist es sicher nicht schlecht fühlen, wenn Cenk anbietet, dass es Fotti macht. Im Gegenteil. Danke auch für die wöchentliche Unterhaltung in Form der Podcast. Ich höre sie jeweils zum Putzen der Küche. Boah, heute meine Augen und mein Hirn waren nicht zusammen mit dem Mund. Ich lese es noch mal. Bis jetzt habe ich jede Folge gehört slash gesehen und danke dir, dass ich Menschen kennenlernen durfte, welche ich bisher noch nicht gekannt habe oder mit denen ich mich aus verschiedenen Gründen nicht näher befasst habe. So, ich muss glaube einfach halb so schnell lesen, dann kommt es gut. Ich finde es immer wieder spannend, wie sich die Gespräche in unterschiedliche Richtungen entwickeln können und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass du zum Schluss einer Folge gar nicht mehr weisst, über was du mit deinem Gast überhaupt gesprochen hast. Das ist so und das finde ich, eben, da fühle ich mich gut, weil man zonnt so rein, man ist einfach in einem Gespräch und irgendwann schaut man auf die Uhr und sagt, boah, schon eine Dreiviertelstunde vergangen, schon eine Stunde, schon eineinhalb und darum probiere ich auch nicht irgendwie eine Befragung zu vorbereiten oder so Sachen, sondern, ja, man schwarzen einfach. Hey, du sitzt hier, ich sitze hier, let's go. Ich konsumiere regelmässig verschiedene Arten von Comedy, meine Freundin kann dies bestätigen, verfolge dich jedoch am meisten, da du mit deiner Art und deinem Lachen eine gewisse Lebensfreude versprühst. Das freut mich sehr, danke. So, jetzt habe ich es auch einmal geschafft, ein Mail zu schreiben und hoffe auf etwas Glück bei der Verlosung. Liebe Grüße, Jan. Jan, danke vielmals, danke, danke, danke. Und letztes Mail für heute kommt hier, lieber Joel, da ich vermeiden möchte, dass du mein Bernd Deutsch versuchst korrekt zu lesen und dabei scheiterst, meine Nachricht auf Hochdeutsch. Ich merke immer, wenn ich Hochdeutsch vorlese, dann habe ich so eine Schweizer Hochdeutsch. Ja, hier meine Nachricht auf Hochdeutsch, lalilalila. Aber wenn ich effektiv auf Deutsch auftritt, dann spreche ich schon Hochdeutsch. So, mega komisch. Interessiert wird sich kein Sagen. Ich höre nun seit einigen Monaten dein Feelgood-Podcast und wollte dir einfach mal Danke sagen. Mein Arbeitsweg ist sehr kurzweilig geworden. Seit April fahre ich mit dem Auto zur Arbeit und ich hatte im Vorfeld Angst, dass meine Lesestunden im Zug nicht ersetzt werden können. Denn Radio und somit News hören kam so gar nicht in Frage. Das ist beispielsweise etwas, was ich tue, klammere oder eben nicht tue, um mich gut zu fühlen. Keine News mehr stündlich oder täglich konsumieren. Verstand ich. Absolut. Seit ich im Sommer 2020 damit aufgehört habe, geht es mir viel besser. Alles wirklich Wichtige kriegt man dann schon mit. Ja, mit dem Aaron hat es auch ein bisschen über das Thema geredet. Also falls du mal ein bisschen mehr von mir zu dem Thema wirst hören, damit ich mich nicht immer konstant wiederhole. Anstelle von Musik oder Radio höre ich also auf dem Arbeitsweg, klammere oft deine, klammere zu Podcasts. Nun habe ich beinahe alle nachgehört und warte jeweils auf die neuen. Deine Solo-Folgen habe ich beim Nachhören meistens ausgelassen, da mich das Gespräch mit deinen Gästen mehr gepackt hat. Dann kam die Folge mit dem angefahrenen Schädler und ich musste so lachen im Auto. Vielleicht höre ich also in Zukunft die neuen Solo-Folgen auch. Würde mich freuen, weil immerhin lese ich jetzt eine Mail von dir vor. Die Solo-Folgen die sind ja auch wie wollen wir sagen, in Entwicklung ist falsch, aber es ist ein Prozess. Nämlich jetzt, wo Mails reinkommen und ich kann darauf reagieren, ist es schon wieder etwas anderes, als wenn ich einfach von mir erzähle. Aber ja, so eine Schädler-Geschichte passiert zum Glück für Menschen wie der Schädler auch nicht jede Woche. Nebst keine News machen mich folgende Dinge glücklich. Am Meer die Füsse im Sand vergraben und aufs Wasser hinausschauen. Mein lachendes Gotti-Meitli. Ein Abendnachmittag mit guten Freunden, guten Gesprächen und am besten noch mit gutem Bier. Frisch geduscht ins angezogene Bett legen. Klammere geht auch gut zu zweit. Ja, verstanden. Also frisch duschen und Bett auf. Auf reisend sein. Das habe ich natürlich zum Beispiel jetzt aber auch noch nie erwähnt. Reisen. Ja, mache ich super gern. Vergisst mich ein bisschen, weil man jetzt nicht wirklich reisen ging. Und an das denke ich dann auch nicht spezifisch, wenn ich zum Beispiel sage, Material anarbeiten. Aber ich gehe dann auch zum Beispiel noch immer hin. Entweder allein oder mittlerweile auch zum Teil mit Kollegen. Und dann tun wir uns nicht einsperren, aber gehen extra an einen Ort zum Material erarbeiten. Und dort geht es mir natürlich auch darum, dass man irgendwie etwas an diesem Ort entdeckt. Und zum Beispiel jetzt das, wo wir es in Flims gesehen sind, sind an Kaumasee. Und das ist, pfff, dort bin ich, der Frank und der Sven sind nachgekommen und ich bin zuerst, glaube ich, eine Stunde oder so bin ich allein gewesen. Und es ist ein fucking dream gewesen. Es ist so geil gewesen. Das heisst, das verbindet dann irgendwie so alles. Also, ich glaube, Neugier ist etwas, was ich mir auch nach wie vor sogar antrainiere, dass ich eben nicht nur finde, nein, mache ich nicht, mache ich nicht, sondern viele Leute finden ihn dumm, aber ich liebe ihn. The Yes Man ist so ein geiler Film in diesem Bezug. Er fängt schon nur von der Grundidee, dass man einfach Ja sagt. Und seit ich Comedy mache, sage ich viel öfters Ja, weil mein Gedanke nicht mehr so ist, vielleicht passiert ja etwas Lustiges. Damit ich das dann wieder in ein Programm packe oder vielleicht mittlerweile auch im Podcast erzähle. Und durch das habe ich schon oft Sachen zugesagt, wo ich sonst früher nur gesagt habe, nein, will ich nicht. Und dann passieren aber wirklich auch tolle Sachen. Ja, ich finde immer zum Beispiel allein an einem Geburtstag von jemandem oder so. Das habe ich so. Das stresst mich immer noch. Es ist nicht so, dass ich jetzt finde, ja voll, aber ich überwinde mich trotzdem ab und zu. Und ich bin zum Beispiel mal an einem Geburtstag von einer Kollegin und dann habe ich dort mit einem und den sehe ich jetzt jedes Mal an diesem Geburtstag. Und wir hatten nachher nie mehr so ein Gespräch gehabt. Aber damals haben wir irgendwie drei Stunden ein sensationelles Gespräch gehabt. Und jetzt kann ich an den Geburtstag gehen und der kommt logischerweise auch dann. Sorry. Und wir sehen und sagen, hey, schön bist du hier, wie geht's, alles klar. Und wir gehen nicht mehr in so ein Gespräch hinein. Aber ich weiss noch, wie das damals so ein geiles Gespräch war und ich nachher wirklich fand, wow, super. Eben Neugier, offen sein. So, das tut dann einem wirklich auch einen Moment bescheren, wo man sich so richtig gut fühlt. In L.A. habe ich mal mit einem Architekten zwei Stunden geschwätzt und natürlich haben wir nachher noch auf Instagram so, hey, das war mein Ding und das ist dein und irgendwie so, hey, es war schön, mit dir zu reden. Nie mehr Kontakt, weil es ist einfach so der Moment völlig vorbei. Aber shit, ist das geil gewesen, mit dem zwei Stunden zu labern. ich musste arbeiten, er musste arbeiten und irgendwie bist du in so einem Kaffee, nicht Kaffee, in einer Hotellobby am Tisch und irgendwie bist du so kurz Smalltalking, mehr so eine dumme Bemerkung oder so und dann kommt so ins Gespräch und dann schwarzen wir und schwarzen wir und boah, irgendwie ich will alles wissen. Das wäre so wie eine Podcast-Folge, dann sehe ich so, ich will alles wissen über Architektur und er fragt mich wegen Comedy und es ist super gesehen. Und das habe ich zum Beispiel auch oft im Flugzeug finde ich einen schönen Begriff Single-Serving Friends. Es klingt so negativ, aber es hat wirklich so etwas, nämlich auch dort einmal ein Fernseh-Gig in Berlin und beide Flüge nur am Schwarzen gesehen mit jemandem. Das eine Mal mit einem Regisseur, das andere Mal mit einer Schauspielerin und wir haben auch top Gespräche gehabt und dann geht es nicht nur um die Arbeit oder was weiss ich, sondern wir hatten wirklich ein tolles Gespräch ab dem Moment, wo das Flugzeug anfängt sich zu bewegen bis zum Moment nach der Landung beide Mal und hat nicht Kontakt mit den Leuten aber irgendwie sieht man sie trotzdem noch auf Social Media und allein das gibt mir ein gutes Gefühl und einfach so die Leute gesehen und dachte, hey, geil. So, wir sind jetzt auf das gekommen, an wegen dem Reisen. So, gut, wie ihr mein ADS-Herrnibels mitkriegt. Ich wünsche dir, dass du weiterhin so viel Freude hast bei dem, was du machst und mir wünsche ich viele weitere spannende und lustige Gäste in deinem Podcast. Liebe Grüße, du siehst, jetzt fangst du an. Liebe Grüße aus der Nähe von Bern. Evelyn. Danke vielmals. Was für schöne Mails wieder diese Woche. Die kommen alle in Pott für Crewneck und Kappe. So ein kleines Winterset. Passt. Da könnt ihr dann sogar noch die Farbe auswählen von Crewneck, Grau oder Schwarz. Das so nebenbei. Jetzt aber kommen wir nochmal an die Verlosung von Tickets für eine Show nach Wahl. Mixed oder Solo, völlig egal. Efter alles, was auf meiner Webseite ist, ist good to go. Und ich habe es jetzt ein bisschen anders gemacht. Ich habe so einen Zufallsgenerator. Das ist kein Witz. So eine kleine App. Also nicht einmal App, sondern Webseite. Dann macht man auf das alles drin und danach muss man einmal drauf drücken und danach wird zwölfällig ausgewählt. Weil ich habe gemerkt, ich muss doch nicht jedes Mal Fötzeli schreiben. Einerseits Fuhlheit von mir, andererseits auch für die Umwelt. So. Und zwar heute zwölfallsgenerator. Ich drücke. Achtung. Bam. Gewonnen hat Roger. Mehr habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. So. Roger. Aber ich kann nachher sonst schnell noch nachschauen. Lieber Roger, wenn du schon weisst, wer du bist, dann gewünschst du also du gewünschst so oder so zwei Tickets für eine Show nach Wahl. Und schreib mir, wenn du das hörst. Und sonst melde ich mich ein paar Tage bei dir. Ich habe dich auf jeden Fall hier jetzt markiert. Und gratuliere. Roger. Eigentlich müsste ich irgendwie noch so einen Applaus oder so einspielen. Da bin ich immer noch ein bisschen Radio geschädigt. Und alle, die heute geschrieben haben, kommen in die Verlosung eben vor der nächsten Runde. Schreibt Podcast at joelvonmussenbecher.ch Ich freue mich über alle Nachrichten und es macht wirklich mega Spass mit euch so. Vielen, vielen Dank fürs Schreiben. Vielen, vielen Dank fürs Losen. Und Freitag ist ja schon in zwei Tagen kommt die neue Folge mit Gast. Und was für eine. Oh mein Gott. Was für eine. Für die, die es jetzt hören, die sollen belohnt werden und schon wissen, was kommt. Der fucking ich muss es so sagen. Der fucking James Grunz. Ich bin riesen Fan und sehr geil worden. Wirklich. Sehr geil worden. Also könnt euch freuen. Hoffentlich so fest, wie ich mich freue. So. Seid lieb zueinander. Man sieht und hört sich. Alles Liebe. Peace. Tschüss. 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 Tschüss.